Und ich glaube, das ist auch ein Problem, weshalb das alles hier so freaky werden konnte. Die meisten Menschen hier in der Zeit, denen wir begegnen, haben ein Riesenmanko oder ein großes Problem. Das ist der Mangel an Informationen über sich selbst. Die halten sich für etwas, was sie nicht sind. Und der Mensch heutzutage weiß noch nicht genau, was er so ist. Ja, der Mensch, das war das, was ich mit der Opferrolle meinte, damit ich da nicht falsch verstanden werde. Also jeder hat einfach die Macht, alles zu sein, wenn er sich dieser Macht bewusst ist. 100 pro. Und da gibt es Sachen, über die können wir sprechen, über die rede ich auch gerne. Da weiß ich aber ganz genau, da gehen bei manchen Leuten die Klappen zu. Entweder triggert es die total oder die spirituelle Geschwafel oder so, komme ich nicht drauf klar und keine Ahnung. Was sehr traurig ist. Ja, auch Esoterik, also der Begriff, ich mag den auch nicht, das ist so wie Verschwörungstheorie. Aber Esoterik bedeutet nichts anderes als die Suche nach sich selbst. Und das ist es vielleicht am Ende, worum es geht. Also die Aufgabe, während des Lebens zu entdecken, für die man angetreten ist. Und je schneller man das schafft, umso länger hat man ein erfülltes, glückliches Leben und die anderen Dinge ergeben sich daraus. 100 pro. Also Erfüllung ist ein ganz wichtiges Ding, weil ich mache, ich gehe diesen Weg und labere diese Sachen ja nicht irgendwie, weil es sich so schön anfühlt und ich hier irgendwie einen auf Krishnamurti machen will. Ganz sicherlich nicht. Sondern ich sage das, weil es mich erfüllt, weil es mir geholfen hat. Es hat mich inspiriert, es hat mir geholfen, mich besser zu fühlen. Und ja, halt auch wirklich, es hat mein Leben verändert. Wie eben, was ich gesagt habe mit der Gewalt. Und als wir das festgestellt haben, 2014, wir sind hier in einer Friedensbewegung, die aber gar nicht mit sich selbst und mit anderen im Frieden ist, haben wir gesagt, okay, wir wollen uns eh neu organisieren. Wir machen jetzt eine Reise und reisen einfach mal rum zu Ökodörfern und Gemeinschaften und gucken uns einfach mal an, wie Leute, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, als wir das machen. Wie geht man mit verschiedenen Standpunkten, Meinungen um, wie lebt man als Gemeinschaft im Frieden und nachhaltig. Das war eine ganz große Reise, auf der ich wahnsinnig viel mitgenommen habe. Unter anderem haben wir da in Andalusien unglaubliche Erfahrungen gemacht. Also Andalusien wird auch das Land der Schamanen genannt und ich glaube, das ist es tatsächlich, weil wir haben da Leute getroffen und kennengelernt. Und wir wollten nur, waren auf der Suche nach einem Stellplatz für unseren Bus und haben keinen gefunden. Und am Ende landen wir bei einem alten deutschen Aussiedler, der da so ein Hostel betreibt und waren fünf Tage da und jeder von uns hat sich von ihm zweimal hypnotisieren lassen. Und das war meine erste Hypnose in meinem Leben. Und ich hatte vorher schon das Angebot und es hat einfach nicht gestimmt. Ich hatte das Vertrauen nicht, ich hatte auch Angst, boah, was sehe ich da alles, will ich das überhaupt sehen? Und da hat einfach alles gestimmt und zwar für uns alle. Und seitdem besuchen wir diesen Ort jedes Jahr. Meine Freundin ist Naturheilpraktikerin mit Schwerpunkt Psychotherapie und Hypnose-Therapie. Und wir gehen diesen Weg, also ich bin gar nicht mehr so oft in diesem Körper unterwegs, beziehungsweise kommt es mir inzwischen so vor, als wäre unser Bewusstsein, hätte so eine riesen Bandbreite. Und diese körperliche Erfahrung und du als Jens in Fleisch vor mir mit Raum und Zeit und Materie und so ist so eine kleine Bandbreite von einem Existenzspektrum, was einfach so groß ist. Und das ist nicht örtlich, nicht zeitlich, nicht körperlich und trotzdem triffst du dort alles und jeden, wen du willst. Du machst die Tür auf und inzwischen geht das so weit, also die Grenzen transzendieren so sehr, dass zum Beispiel manchmal geht es mir nicht schlecht. Also manchmal geht es mir nicht gut, dann geht es mir schlecht, dann habe ich Kopfschmerzen oder mein Leben sieht aus wie eitel Sonnenschein, aber ich fühle das Glück nicht. Dann frage ich, wo kommt das her, was ist da los? In einer Hypnose meinte dann irgendein Wesen zu mir, du musst Kontakt zu deinem leiblichen Vater aufnehmen. Was mache ich? Ich gehe raus aus der Hypnose, nehme das Telefon, Mama es ist soweit. Sie sagt, ja endlich, wie lange haben wir gewartet, dass du diesen Schritt machst? Das ist ja so und das ist das, was ich sagen will, diese Erkenntnisse und diese Suche nach oder das Finden von Antworten, das Erhalten von Antworten aus dem Unterbewusstsein, ohne diesen Verstandesfilter, das bringt so viel in Gang, das ist unfassbar. Mich hat das super bereichert und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, Hypnose ist doch alles Hokuspokus, bei mir funktioniert das nicht. Da muss ich mal mit geschulten Hypnotiseuren unterhalten, es gibt Leute, die haben noch alle hypnotisiert bekommen, auch die, die sagten, bei mir funktioniert das aber nicht. Es ist nichts Besonderes, es ist kein Hokuspokus, es ist etwas völlig Natürliches und diese Verbindung zu sich selbst und zum Unterbewusstsein herzustellen, ich bin nicht derjenige, der entscheidet, wann der Zeitpunkt bei den Menschen gekommen ist. Du kannst nicht an der Wiese ziehen, dann wächst es nicht schneller, dann hast du nur ein Grasbüschel an der Hand. Ich kann auch keine Kruste abknibbeln, um zu gucken, ob es denn da unten schon verheilt. Das muss sie alles selber machen und da hat das Universum, glaube ich, den besseren Plan als ich und deshalb, ich nehme das alles so hin und kümmere mich erstmal um das, was in meinem eigenen Ereignishorizont stattfindet. Was bringt es mir, ein Plakat hochzuhalten? Merkel soll alles besser machen und der macht auch scheiße, die sollen alles besser machen. Ich gehe nach Hause, schnauze mein Kind an, schnauze meine Familie an, schlag mich irgendwie beim Fußballspielen mit irgendwem rum. Das ist auch Doppelmoral. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.